Ja, da sind wir dann endlich mal wieder zu Let's Play Donkey Kong Country. Der? Der? Hero? Nein. Und die Creechie. Hey, seit langer Zeit mal wieder. Wir wollten mal wieder failen. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Die paar Leben die wir noch haben aufbrauchen. Aber diesmal versuchen wir es mit Controller. Mal gucken ob das besser wird. Jetzt kann er mir nichts sagen. Drück A, drück A. Drück B, drück X. Wo bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich dabei? Wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Da ist der Frosch. Ja. Hätte ich auch gesagt. Yay, du hast einen Frosch. 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 Was sich ein Affe so über den Frosch freut. Boom. Ich freue mich mit dem Frosch. Oh nein. Oh. Oh nein, 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 nein. Oh. So, lange, lange du hast hier. Oh ja, ich werde es wahrscheinlich total wieder verkacken. Ich weiß nicht, dass es wirklich ewig hier ist. Nein, da bin ich. Boom. Ganz. Vorsichtig. Ganz. Ja. Ich dachte, du wolltest vorsichtig machen. Oh wei. Ich werde mal wieder verkacken. Muss ich hochfliegen oder sei... Ich glaube schräg. Aber ich bin mir selber nicht sicher. Ich werde erstmal hochbanane. Banane, banane. Oh. Oh. Nein. Ah! Ich bin voll da hier rauf geschlittert. Failed. Oh Mann. You fail. Failed. Failed. Ich bin da auch voll... Das ist voll fies, weil man so schlittert. Das ist doof. Okay. Frosch, Frosch, Frosch. Wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Da ist der Frosch. Da ist der Frosch. Da ist der Frosch. Hey, das ist ja schön. Den zweiten. Sollen wir nochmal so machen? Ja. Wurde noch zu leben. Ja. Ich bin. Na gar nicht. Ab. 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 Du hast reingeschwogen. Nein. Ab. Rüber? Ja, bitte. Jetzt kriege ich vielleicht gerade noch frischig Glück hin. Ab. Ab. Was war da? Wo man da so rutscht? Das ist echt böse. Ab. Ich werde hier unser ganzes Leben verbrauchen. Mal so. Ach, wir haben schon das Krab. Krabi. Kut. Kut. Ich bin Kut. Ich meine Knut. Ups. Ups. Ne. Banane, Banane, Banane. Banane. Hat mich abgelenkt. Ich habe nur Banane gesagt. Das reicht schon aus. Das schaffst du. Nein. Ich habe jetzt gerade nur auf die Biene geguckt. Aber nicht aufs Fass. Aber nicht aufs Fass. Willst du uns noch ein Leben holen? Weil ich gerade zwei verballert habe. Oder waren es drei? Wie sind das zwei? Es wird gleich das dritte. Warte. Schon wieder. Ja. Ich bin so gut. Yey. Frosch mini Spiel. Hurray. Wie du das machst. Hei boi boi boi. Guck wie schnell ich bin. Zahl brauchst du. Was brauch ich? Zahl oder? Gibt es ja nicht immer noch einen großen Frosch? Ja. Ich will sogar noch irgendwo am Ende. Aber es wird doppelt dann das was du hast. Ja. Mal mit. Was will ich jetzt erstmal so durchgehen? Hm. Machst du da jetzt wirklich? Oder ich nicht weiß. Was er weiß gerade. Hm. Was ist dein Herz? Ja. Da. Ja. 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 Im Leben. Ja. Nein. Stutt, gut. Einer drinnen, wirklich? Sieben Leben könnte erstmal reichen für mich. Für den Anfang. Halt den mal auf 10. Jetzt kommen wir gut durchs Spiel. Du ja, ich nicht. Wuck, hier ist noch ein Leben. Yeah, jetzt ist das. Jetzt bei 11 haben wir. Ich komme mit dem Rutschen, der war auch nicht klar. Wie jedes Mal. Ha. Muss ich jetzt mal sagen. Biene! 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 Biene, Biene, Biene! Biene! Ab. Adler! Ne, Geier. Das ist ja eher. Das ist ein Geier. Oh. Und da ging es gleich rum. Ab. 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 Wo? Was machst du? Da unten, da? Ne, war das nicht da? Weiß ich. Das sah gerade so aus. Schock. Komisch aus. Was soll da machen? Guck mal. Das da ist also so komisch oder so. Oh. Und mit Teilpass kann man nichts aufmachen. Wieso? Wir müssen uns den Gegner überrollen lassen. Wenn du die X-Taste kannst du rennen, wenn du die gedrückt hast. Ah! Ich trau mich gar nicht. Da hätte ich vielleicht nicht rennen sollen. Wieso? Ja, da war doch gefreut. Ja, das war doch gefreut. Ja, das war doch gefreut. Ich bin grad gegen das Rollen. Laufen. Ja. Gute, dass ich drauf zeige! Da ist es! Da ist es! Guck mal! Seht ihr es alle? Da! Da ist es! Da ist es! Oh man! So oft wie wir es wegen mir durch das Level spielen müssen, weiß ich es dann hoffentlich irgendwann auswendig. Ob es mir hilft, weiß ich noch nicht. Ja, ich hab auch grad gedacht, du bist gestorben. Aber es hat noch geklappt. Gerade so? Ja. Schaff das! Ah! Juhu! Ich hab mich als erste Hände gepackt. Aber jetzt muss ich zuerst spielen. Oh wei. Oh ja. Einfach nichts. Ich nicht. Ups. So geht es natürlich auch die falsche Taste drücken. Aber die ist vielleicht doch gut. Ups. Das ist ganz... Ja, ganz aus. Gefunden! Yay! Freit! Freit! Juhu! Nenn man Skill! Nenn man Skill! Man fehlende Skill, der ausgeglichen würde dich glücklichen. Achja, ich hab mich ja schon... Du bist ja schon dabei! Das ist schon in meiner Party! Impf, Impf, Impf! Hüpf, hüpf, hüpf! Hüpf, hüpf! Hüpf, hüpf! Ich kann mich grad erschrocken. Hm, passiert. Also ich laufe gleich nicht mehr da runter. Ich rolle da gleich nicht mehr runter. Hüpf, hüpf, hüpf! Hüpf, hüpf! Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Jetzt. Jetzt. Hops! Hüpf. Okay. Und Vorsicht. So. Hüpf, hüpf. Hüpf. Und jetzt. Dann da. Vorsicht. Da, Vorsicht. Genau da. Oh ne, ich werd da so runterrutschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was muss ich trinken? A. Ja schon. Ja, A. Ups. Ja. 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 Ja, der Mittelpunkt. Ja. Nach links. Nach links. Achso. Da war was. Weiß ich glaub ich noch. Ich glaub da konnte man. Rein. Da. Wo die Banane ist. Das ist Schneegestöber. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für meine blinden Augen. Mach ihn platt. Oh. Richtig für mich. So. Da war was. Ne. Hoffentlich nicht mehr weiß was. Ah, das. Ne. Ne. Ist das Glück? Oh. 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 Nein. 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 Wo war er. Oh oh. Und nochmal den Mittelpunkt. Haus. Me. 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 It's me. It's me. Wir haben geguckt. Wir haben geguckt. Nein. Ich bin ja die, die guckt. Oh Gott. Ich bin den Schneegard echt übelst bescheiden. Ohhhh, Glickert. Was? Achso. Nein. Man hätte es ja versuchen können. Was? Jetzt muss ich hier wieder rauskommen. Ja, einfach nach unten. Genau so. Wie bist du da rein? Was schaffst du? Im Russen? Dieser Affe. Was mach es? Ich springe da vorbei. Mit Millimeter. Warum auch nicht? Meinst du da gibt es nochmal was? Jedes Mal. Achso. Jedes Mal. Oh, das Rohr haben wir schon. Na gut. Danach haben wir ja wieder gespeichert. Ach stimmt. Der hat mal ganz mies getroffen. Hat mich gegessen von hinten. Jam 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 buppo. Achso, ich muss ja. Du kannst ihn nicht töten. Achso. Kann doch ich. Weil ich so fett bin. Ach, ich kann nicht in die Anrichtung. Das krieg ich nicht. Ich bin so dämlich in die andere Richtung. Ab. Achso. Jetzt geht's auf den Tisch. Hm. Oh, ich kann nicht in die Anrichtung. Ach. Ich kann nicht in die Anrichtung. An upwards. Möwe. Und. Willst du da hin? Bananen holen? Dann kommen wir zwar nicht unbedingt viel weiter aber wir kriegen vielleicht mehr Leben. Wenn ich dich schon mal da hab und da schon mal runter gerutscht bin. Dann können wir das doch gleich nutzen. Siehste? War sogar ein Leben. Haha. Vielen Dank.